Wo? Wo? Hä? Oben links! Oben links! Oben links! Sorry! Ich bin down! Komm, ich gag mal! Heifer, der steht in 3, 2, 1, ab! Oben, rechts! Auf dem größten! Ah, f*** dich doch! Am Bild! Da auch mal! Was? Drei Schuss mit einer Schuhplinte reingedrückt und der steht immer noch? So, jetzt! Fanny, komm schon da! Ah, der helft mich gar nicht, ja? Was denn los in der Position? Das ist scheiße! Kommt, Leute! Nicht weiter Druck machen! Weiter Druck machen! Weiter Druck machen! Ups! Boah! Oh! Da ist der Konsolo geöffnet! ZELO! Brian, was kommt? Nein, kommt nicht! Das heißt Hotgun! Ja gut, Horrible hat grad'n Schlipp, er kommt praktisch nicht! Der kommt nicht, oder? Naja, hat grad'n Schlipp, er praktisch nicht! Oh, oh! Ach, was ist denn hier los grade, Mann? Ich muss der G-Handic Fire over here! Geht nur darum, Merkel... Freche Flanke brechen zu durch! Gibt grad'n gar kein Kill zustande, das nervt mich grad'n. Leute, wir brauchen Punkte! Okay, Schrotflinte raus, MG4 rein! Welcher das nicht abarschfippt! Fast kommt in die Eck mit der Pumpgun, dumm 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 tot! Aber nicht Vollfeuer, Vollfeuer mit, äh... Farmers? Der muss Pumpgun spielen! Einfach Pumpgun spielen! Liegt im Red-Code! Boah! Ja, wo wollen wir hin? Nicht mal dahin, wo Jochen ist! Dann gehen wir mal alle dort hin, weil dieses Einzelne verteilt, dann macht keinen Sinn! Ich geh' nach oben! Ey, ich hab'n Kill auf dem Weg! Das gibt's doch nicht, ey! No! Sorry, Dennis! Alles in Ordnung! Tony, kommst du wieder? Jetzt? Ja! Revive wachst du nicht schlimm schon! Feize! Ich hab'n Probeineming gelegt! Ja, ist nicht schlimm! Stecklese auf! Ich merke grad, ich hab' nicht warm gespielt, Leute! Ich hab'n nichts gepackt! Jochen, komm dich gleich! Ja, passiv links, stell' dich rot für ein Prinzip! Leute, die haben immer noch mehr! 10 Punkte Vorsprung! Hatten aber nur 20! Von wo denn? Ja! Von wo denn? Ja! Kann der auf die Ecke schießen, oder was? Boah! Ach nee, dann etwa da sind da unten gesungen! Ach Gott! Oben links! Im Büroräum! Warum denn 20er Revive? Wer war denn das jetzt schon wieder? Fag' ich mich jetzt auch gerade wieder! Ho! Alles! Weg da, weg da, weg da, weg da! Du bist nicht im Reviver! Forward! Kommst gleich! Wo kommt er, ne, ne! Oh, man! Lenke Flanke! Hab' ich... Ne, das war am Bild! Da ist noch einer! Ja! Ich hab' von hinten was gekriegt! Ja! Meine Position! Bis du bist auf eurer Seite! Und so, wir sind halt rechts! Warte! Ich bin gleich da! 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 Welcher Spaß! Leute, der Fahrer jetzt kommt schon! Ein bisschen anstrengend! Wir brauchen mehr Punkte! Mehr Druck! Ich bin gleich dahin! Ja, bei mir. Brave. Alles klar. Ich weiß, ich seh nichts. Oh, mies oben. Boah, scheiß Mutilte, ey. Du stirbst. Ah, ernsthaft? Wow. Wow. Ja, die Spieler hat alle Schrote. Ja, natürlich. Aber es ist Epitaph, leider. Das ist das Problem mit den scheiß Dinger. No. Ben, du schießt in der Flayer. In der rechten Flanke liegt es. Will ich? Linke Flanke ungeschützt. Die stehen auch. Wir brauchen jetzt dringend jemanden mit Amor in den richtigen MG. Kommt schon, Leute. Wir sind viel besser in der Infancy. Ja, aber es ist ein Wix, wenn ich sich zukämpfe und wir nichts mache. Ich wäre sogar im Spawn-Wiebe-Krieg. Ben, mach noch Stammtisch auf. Ich spart ihn. Hostile. Alter, hätte er einfach gemeint. Jo, fick dich doch, du Arschficker. Boah, ernsthaft? Ey, Fanny, sag mal, dass wir sie reinkommen lassen sollen und dann können wir sie besser killen. Boah, das ist echt krass. Die gucken um die Ecke, puff tot. Das ist eine gute Idee. Ja, versucht mal, die Gegner reinkommen zu lassen, damit wir die besser killen können. Das wäre ein Versuch wert. Zieht euch einfach ein bisschen zurück. Alle Mann ein bisschen zurückziehen. Richtig auf mich. Was, Alex? Fanny sagt, alle Mann zurück, was machen die anderen? Die ziehen nach vorne. Ja. Boah, kann's nicht. Hm, 96,40 Jetfighter übrigens hat der. Ach, wer schmeißt nur Raubgranaten? Ich hab's, die Leid. Gegner. Ne, die sind so los. Ne, die sind so los. Ne, die sind so los. Leid, der kommt schon. Und wieder 20 revive. Kommt gleich wieder, Jocke. Ganz einfach, weil wir da... Pass auf, Lars sitzt vorne links. Och, die Ambel ist oben in der Mitte drin. Keine 20 revive. Sie hätte ihn noch mit 100 aufstellen können. Ja, aber du hast doch 10 Sekunden oder so. Oder 7,8. Ist das genug. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wie bin ich? Tobi, kannst du mir die Sonne abstellen nochmal? Ja, was soll ich machen? Da hört kein Mensch ab. Oh, das ist echt nicht wahr, ey. Das hab ich gemerkt, ja. Boom, boom, boom. Jocke, bis weg ab. 3, 2, ab. Oh, das Kampkeks, alter. Das ist nicht wahr. Nur Schrotze. Nur Schrotze. Ja, natürlich. Na, spiel da Schrot, findet ihr, wenn's gerade eure Part ist. Ich weigere mich aber, wirklich Schrot hinzuschauen. Ja, ich auch. Ich spiele die M16. Hier Leute, hört ihr nicht, was ich euch sage? Nein, natürlich. Er hat keine Ahnung. Oh, du hast gerade selber vorgeführt. Na ja. Oh, retten wir alle in den Schrotz, man. Hier auf mir kommst, Jack. Ich glaube, ich hatte deine, äh... ...selbeschmacht. Das gibt's nicht, ey, ich fick hier nichts kaputt heute. Ich auch nicht. Oh, das ist nicht wahr, ey. Ach komm, Alter. Ja, ich hab einen. Oh, ich krieg von Phase. Ich bin jetzt von Jockel, was er da vorne an dem Tor zu suchen hatte. Jockel, ich soll dich fragen, was du da vorne an dem Tor zu suchen hattest. Alles. Alpha Wolf weiter nach hinten. The Dark Knight weiter nach hinten. Infact nach hinten. Tweak nach hinten. Alter, schmied deine RPG. Jetzt reicht's aber. Der erste Squad nach hinten. Ich hab keine Kugel mehr. Thelophobium, endlich hab ich den Krieg. Dennis, du bist ganz vorne. Du bist vorne. Da kann ich jetzt auch keine aufstellen. Ich bin ja nicht ganz vorne gewesen. Doch, du warst ganz vorne vorne. Nee, ich war da oben bei den Zwischengängen. Ja, das ist ganz vorne vorne. Kommt, Leute. Versuchen wir's nochmal. Weggekommen wäre ich da aber auch nicht. Ähm, Moni, 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 Moni. Jo, genau. Ich find das immer geil, wie die... Ja, ich hab... Ich hab Slug-Munition unter dem Geschmort. Boah. Ich hab Slug-Munition unter dem Geschmort. Jetzt hab ich ihn. Ich hab den, den ich haben wollte. Ich hab den, den ich haben wollte. Ich hab den, den ich haben wollte. Das ist doch nicht wahr. Wärts schön, wenn wir mal bei denen im Nacken spawnen könnten. Der MG-Schütz linksseite ist weg. Ja. Ach komm. Und am Sniper, an die Schwasten. Die sind jetzt eigentlich schon wieder nur hundertfünfzig Tiefel. Weniger Leute? Au. Boah. Echt, ich krieg nichts kaputt. Ich hoffe, das ist Slime-Jet besser. Ich hoffe, das ist Slime-Jet besser. Boah. Wie ich gar noch Versorgungspunkte ohne Ende kriege. Boah. Ach, zu dritt. Alter, ich bin positiv. Es geht ab. Ja. Weil ich dann am Schluss mit dem Airburst gecampt hab. Ich hab am Anfang versucht mit der Schrot irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich hab mir doch nichts bekommen.